Wunderschönen guten Abend, ich grüße euch hier zu einem kleinen Wetterupdate am Abend. Morgen am Donnerstag wieder Unwettergefahr in Teilen des Westens und Nordwestens, weil wieder doch ziemlich viel passiert in der Atmosphäre. Ein Höhentiefsystem erstreckt sich vom Westen Skandinaviens runter bis in den Süden Frankreichs. Auf der einen Seite schaufelt erstmal kurzzeitig die kühlere Luft runter bis nach Spanien. Hier wird es dann ja am Wochenende mit teils bis zu 50 Grad wahnsinnig heiß werden. Jetzt erstmal morgen noch einigermaßen kühl. Auf der anderen Seite, genau zwischen Deutschland und dieser Hochdruckzone, wo es ja jetzt so heiß ist im Moment, dort kommt dann eben diese Schauer- und Gewitterzone rein in dieser mäßig warmen, aber doch recht schwülen Luft dann morgen am Donnerstag. Und das bedeutet nicht nur Schauer und Gewitter, sondern wieder Unwettergefahr, teils auch ergiebiger Starkregen. Heute Nacht erstmal noch alles ruhig in Niedersachsen. Wir haben es teils mit kompakteren Wolken zu tun, vor allem so vom Göttinger Raum über Hannover bis zur Heide rüber nach Nordwesten hin und vor allem auch Richtung Küste. Längere Zeit mal aufgelockert, das Ganze bei Temperaturen von 13 bis 16 Grad. Im Schnitt also eine recht ruhige Nacht. Ähnlich sieht es dann auch in Nordrhein-Westfalen aus. Wir haben es so vor allem im nördlichen NRW, so rund um Rheine und Münster längere Zeit auch mal klar Richtung Mittelgebirge, das heißt Siegerland, Sauerland und dann auch Richtung Aachen beispielsweise. Da kommen dann so Richtung Frühstunden schon die ersten kompakteren Wolken reingezogen. Auch hier Temperaturen relativ mild, vor allem so im Ruhrgebiet und auch Richtung Rheinland 15 bis 16 Grad im Siegerland. In einigen Tälern auch nur mal so 11 bis 12 Grad. Der Donnerstag dann relativ turbulent, über Tag immer mal wieder Schauer und Gewitter, die dann eben auftreten werden, vor allem am Nachmittag punktuell wieder Unwettergefahr durch Starkregen, Sturmböden und auch Hagel. Diese Dinger ziehen sehr, sehr langsam, das heißt die können an kurzer Zeit recht viel Regen an ein und dieselbe Stelle bringen, inklusive Überflutungsgefahr. Abseits dieser Schauer und Gewitter kommt dann aber auch phasenweise mal wieder die Sonne raus. Der Wind abseits der Gewitter wieder relativ ruhig aus meist westlichen bis südwestlichen Richtungen. In Schauern und Gewittern dann natürlich auch durchaus mal stürmisch. Temperaturhöchstwerte liegen dann meist so bei 22 bis 24 im Sauerland auch mal nur so 19 Grad. Kurzer Blick auf Freitag und Samstag im Osten, dann vor allem so von Hamburg rüber bis in den Göttinger Raum. Auch mal längere Zeit, dann mal kräftiger Regen, vor allem im Vormittagsverlauf. Das sind dann so diese verklasterten Reste der Gewitter eben am Donnerstag. Von Westen wird es dann wieder zunehmend freundlicher. Hier kommen nur noch wenige Schauer ran. Bis zu 24 Grad werden es im Westen, 18 Grad im Dauerregen, dann vor allem im Osten Niedersachsens. Am Samstag umgekehrt. Dann ist es im Osten anfangs erst einmal noch relativ freundlich, ein Mix aus Sonne und Wolken. Vom Westen kommen dann die nächsten Schauer und Gewitter dann am Nachmittag und Abend reingezogen. Auch wieder mit Unwettergefahr durch Starkregen und auch Sturmböen. 20 bis 25 Grad wird es dann mild. Es geht also weiter mit den Gewittern.